Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei Bridge Constructor im Mittelalter. Und in Runde 2 haben wir jetzt die Aufgabe, baue eine Brücke, um frischen Fisch zur Brücke zu liefern und gib nicht mehr als 14.400, also wieder eine Sparoption. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Baut nun selbst eine Brücke, beginnt am besten mit einer Vorabahn aus gleich langen Stücken und stützt dann mit dicken Holzbalken von unten. Okay, wollen wir erst mal so machen, bevor ihr wieder meckert. Wir schauen erst mal, wir machen unsere Brücke erst mal am normalen Muster, also hier oben was. Wenn wir jetzt normal abstützen, dann sollte das eigentlich nicht gehen. Deswegen probieren wir hier das Ganze über so eine Art kleine Hilfskonstruktion halt eben zu machen. Das heißt, hier machen wir zum einen halt eben dann V nach unten, das ist insgesamt billiger. So, dann nochmal einen Querbalken, das sollte vielleicht auch gehen. Hier brauchen wir auch wieder eine Abstützung, das reicht Gott sei Dank von der Höhe. Allerdings wird es hier in der Schräge nicht ganz gehen, deswegen müssen wir hier zwei kleine machen. Also klar, man könnte das Ganze natürlich auch durch einfach eine große Mauer oder ähnliches. Wir haben ja hier auch ein entsprechendes Holzstück, könnten also auch darüber absichern. Aber so sparen wir einfach Kohle, wenn wir diese ganz einfachen Muster nehmen. So, den hier vielleicht so, dann hier ein großes Stück nach unten. Hier kommen wir nicht ganz bis nach oben, weil die Mauer halt eben kleiner ist, dann müssen wir das hier auch nochmal absichern. Zack, und vielleicht, wir haben hier noch ein bisschen Kohle. 12.500 haben wir ausgegeben. Probieren wir es mal aus, ob es geht. Und die ersten laufen rüber. Ja, hier wird es schon ein bisschen belastet. Geht ab und noch, ist noch nichts im roten Bereich. Und ja, es langt. Unsere Konstruktion hat gehalten. Perfekt. Und der achte ist im Ziel. Und wir bekommen unsere Belohnung. Das war Runde 2 hier in Bridge Constructor Mediville. Und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde. Bis dann. Tschüss.